Wir haben heute was geiles für euch vorbereitet. Ich muss mal meine story post weil heute gibt es fifa in real life. Heute werde ich zersägen. Junge alter bitte. Du bist schon auf Playstation kacke also hör auf mir irgendwelche Filme hier zu machen. Von wegen du bist gut. Weil wir spielen ja nicht nur einfach fifa in real life wenn es nicht eine bestrafung dazu gibt. Der ganze bohren wird nass sein voller seife. Bula wache el Ging Yi. Yeahaaa Er lebt noch! Er lebt noch! Fangen! Oh das erste Teilchen! Fangen! 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 Ey! Koma 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 koma! Ahhhhhh! Golosoo! Goloso Riño! Fangen! 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 Ey Bruder! Bruder ey! Fangen! Ok? Heiligkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Land Samy denkt immer noch dass er guten FIFA ist Er hat vielleicht paar mal gewonnen Es wird übrigens die Tage ein Rematch geben Wie heißt das? Rematch Rematch Weil ich habe es gelernt Bei Nebenwirkungen lesen die einen Pockenspeilag und lesen die Astrophotica Ja, Putzbach, Dietzebach, hier ist Dietzebach. Ich erkläre, wenn du was erklärst, du machst immer 30. Oh, bitte. Wir machen FIFA in real life, das heißt, halt dein Maul, wenn ich rede, wir packen hier jetzt gleich eine Plane hin, ne? Und auf dieser Plane packen wir Wasser und Seife hin. Das heißt, wir werden die ganze Zeit ausrutschen beim Fußballspielen. Ja, okay. Mach mal das Ding auf mein Kopf. Ah, ey, das hat geknackt, das hat geknackt. Ey. Ey. Simi, Simi. Simi. Äh, Verlierer bekommen A, schießen, Deal or no, Deal. Okay, weißt du was? Damit wir uns nicht davon beeinflussen, wir spielen das Spiel. Und dann entscheidet der Gewinner über den Verlierer. Weil dann kann er extra hart machen, weil jetzt sagen wir so, okay, 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 nicht lange fallen, komm, 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 komm. Bruder, ich krieg noch eine Gehirnerschütterung, ja. Drei, zwei, eins. Oh, Ziel, komm, wo ist da? Ah. Oh, Baby. Ich bin... Heute FIFA Relive. Zieh mal. Zieh mal. Schack die Türwein, schack die Türwein. Warte, nein, nein, so, so, das ist auf die Seite. Das wird geil. Okay. Freunde, ich zieh mich jetzt um. Warte. Ich bin zwar Haarland im Herzen, aber heute habe ich einen Trick vorbereitet. Ich sag nur, Espanola, mucho de gracia. Ich zieh mich jetzt auch um. Ich weiß nicht, welche Mannschaft, ich nehme irgendeine. Ich weiß nicht, wie ist das. нав Ach nicht, wir brauchen Wasser. Warte, wie viel? Geh mal, hol du mal Wasser. Ey, wir werden uns heute was brechen. Geil, oh mein Gott, was ist das denn? Warte, ich glaub das reicht. Warte mal. Du musst doch so verteilen. Das wird das geilste Scream. Ey, pass auf, pass auf, pass auf. Boah, das ist nicht mehr normal. Ey, machen wir drei Spiele, wieder wie bei FIFA, immer drei Spiele, ne? Boah, ey, oh mein Gott, wie sollen wir das machen? Yeah. Ah, Sammy, Sammy. Ah, ey. Ey, ey, oh mein Gott. Ah, ah, ey. Alter, hör mal auf, hör mal auf. Ah, hör mal auf, hör mal auf, ich schwöre. Also, es gibt drei Spiele, so. Und jedes Spiel geht bis fünf. Okay, herzlichen Glückwunsch. Der Verlierer bekommt eine Bestrafung, ganz einfach. Ja, ja, 1-0. Ey, das ist keine gute Idee, ne, wenn wir gleich Spagat machen. Okay, ein Wurf, ein Wurf, ein Wurf. Ich habe das. Ach, ach, ach. Ach, ach, ach. Ja, ach, ach, ach. Ja, ach. Ja, ach! Ey, wir müssen ruhig, okay. Ich hab was Spagat gemacht, die Ruhe. Oh, ich hab die dicke Eier von Berlin! Hey, fuck. Ah! Fuck, mach, Tor gerade! Fuck, fuck. 2-1! Bucke! Ey. Bucke, Bucke! Aber, guck mal, die Wart dann. Oh, ha! Da hieß eine Kirche, geriet mich drüber! Alter! Ey, mach den Tor gerade, das hilft nicht! Oha! Schiedsrichter! Anlauf nehmen! Ja! 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 Okay, ich werd sauer! Da ist er dran! Da ist er! Ah! Ah! Sammy! 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 Ah! Ey, ey! Ah! Ey, Hand! Elfmeter, Elfmeter! Schiedsrichter! Schiedsrichter! Sag mal, Schiedsrichter! Ihr seid Schiedsrichter! Oh! Ah! Ja! Ja! 4-2! Ah, Junge! Ja! Da ist er! Ey! Also 5-2 für mich, also ich hab das erste Spiel gewonnen! Noch zwei Spiele, warte, ich hole kurz Wasser! Ich hab keinen Bock mehr, ja! Ey, mein Arschloch ist Dings! Schau um, ja! Ich hab das erste Spiel verloren! Aber mucho biesto, como es tardi! Ihr wisst! Ich bin auch, man nennt mich auch den Aufholer des Jahres! Ja! 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 Fuck die Scheiße! Ja! Ey, ey! Foul! 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 Ja! 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 Es bezieht doch! Warte! Ja! Ja! 2 2 1 2 2 1 Nehmen Sie mir! Ahhhh! Oh mein Gott, Beintchen! 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 Ah, 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 ah Der Boden schimmert auch die Wand Ah Ja, 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 ja Ey, ah, Junge, pass mal ein bisschen auf Ja, viel zwei, viel zwei Dreh mich mal, dreh mich mal Dreh mich mal richtig schnell Ja, ja, espacito Wow Sing ein Lied am Lagerfeuer Es waren mal zwei Jungen, die spielten neuer Es war normal, mein Rücken ist gebrochen Ey Jetzt haben wir geknallt Oha Ja Fünf ist halbzeit So Ball hochwerfen Nein, der Ball ist hier in der Mitte, wir gehen beide zurück Okay Mach das Tor gerade Wenn die pfeifen geht's los Nein, drei, zwei, eins Ja Ich mach erst, sag ich noch nie Oha, ey Ja Ja Alter Warte Ja Alter Alter Warte Ja Warte, ey Ja, 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 ey, der war drin Bill, ey Warte, der war einfach mir Drei, eins, drei, eins Nein Sticksackstuck für den Willen, der Tor steht Ja, ja Komm weiter, 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 heige Mutzi, Alter Tschö, doch mal dein Lieben Ey, mach's gar nicht, mach's gar nicht, mach's gar nicht Mann Oh, den Ball Oh, den Ball 3-0 Ja, Mann, ey, baby, 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 boo, 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 boo Ah, fuck die Scheiße, mein Scheißbecken Es-pa-sito Warte, gerne, Mann, ey, der war der Best-pa-sito Ja, fuck doch Fuck dich ab, Alter Ey, Alter Schiedsrichter, Mann, Schiedsrichter Hört mich zu faul Ja, ist wie ein FIFA, der Typ, ja Ah, 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 äh, ich schaufe meine Mutter Oh, fuck die Scheiße Gegön! Ja! 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 JAAAAA! Okay der Folge in Fifa. Como esta? ime feathers Sean Dara. JA. Die letzte 5 Tore. ESPANZITO Mann Warte warte, 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 warte JAAA 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 Freunde wieviel steht's? Wie gehören jetzt die Socken hier? Was sind meine? Ey du Schwein Meine Socken hier, Alter Ist das nicht dein Ernst, Junge Wieso steht's hier? Ich bin doch einfach mal vernünftig und ich schreck ja hast du gesehen wie ich dich gerettet habe so langsam werde ich wieder richtig aggressiv werden so beeindruckt oh my god spiel weiter weiter spiel ja ja bei ja ja si ja 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 Jetzt komm mal her! Jetzt komm mal her! Jetzt komm mal her! Bist ihr sicher? 8.4 Oh fuck man! Alter, Alter, gefrisst jetzt! Habt ihr gefrisst? Hier! Hey, chill doch mal wieder, ja? Ja! Oh baby, come on! Ja! 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 Da bist du! Jetzt halt deine Fresse! Das ist unfair! Chill doch mal, Alter! Ey, ey, ich hab da total nix an, du B. Das ist kein Junge! Einfach pure Unfair halt, ja? Alter! Super, klappt Sammy! 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 Ah, fuck! Ah! Ich verliere jedes Mal, mein verfickte... Mach meine Socke nicht doch einmal benutzen! Guck mal, was du mit meiner Badehose gemacht hast! Tschö! Ich hab die Schuhe geschehen da drunter, die Sammutter! Ja, dann lass mich in Ruhe, ja? Tschö, warte! Ey, mein Arschloch ist Seife, mein Arschloch ist Seife! Sammutter! Sammutter! Ah! Oh! 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 Ich hab mir doch grad ne Hose angezogen, ja? Was ist das alles? Alles, was mit Fußball zu tun hat, ist für'n Arsch für mich, ja? Ey, nächstes Mal, wenn wir FIFA spielen, machen wir mit Haare färben. Machen wir jetzt nen Deal. Da spielen wir FIFA Donnerstag um 20 Uhr. Lade ich dich jetzt ein und ich trainiere bis Donnerstag wie ne Maschine. Er sagt... Du musst meine Socke trinken! Nein, der sagt... Doch, du musst meine Socke trinken! Ja oder nein, Freunde? Ja oder nein? Boah, das ist voll schön, sowas zu sehen, wenn alle hinter deiner Meinung gerade sind, ne? Und nicht hinter deiner. Halt fest? Ja, klar, bring mir doch ne Tonne, bring mir ne Regenstonne, Junge, ja? Ja! Der bringt doch... Boah! Boah, da sind Fussel mit! Sammy! Das ist doch die Bestrafung, Junge, das ist doch keine richtige Bestrafung! Bist du auf den Kopf heute Morgen gefallen oder so? Boah! Warum hat der Kopf weg? Boah! Ex! Ach komm, halt die Presse... Ex! 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 Es drink- Es ist kein Manpower concrete zu sein! Boah, ich hasse mein Leben, ja, einfach ein Bulu, ja. Freunde, jeden Tag um 20 Uhr live, seid am Stüssel. Wir machen jeden Tag geile Sache.